Hallo Leute, hier sind GameOnGrowers. Ich habe hier irgendeinen komischen Bug gefunden bei Alpha Protocol, was ich mir für 2€ gekauft habe. Und Oli ist hier auch noch da, der spielt gerade GOW3, was eh kein Schwein interessiert. Auf jeden Fall, ähm, ich wurde angeschossen, habe nur noch 17 Leben und jetzt hält er die Waffe komplett beschissen. Bei der Pistole ist es genau das gleiche. Ich finde das gerade irgendwie ein bisschen lustig, besonders wie er nachlädt. Zeigen wir jetzt nochmal. Oh, da spiele ich so buggy. Das geht gar nicht. Alter, wie das überhaupt... Das sieht so lustig aus. Ja, das war es dann auch von mir. Tschüss.